Der Premier League Sensationsmeister Leicester City in Blau mit dem deutschen Robert Huth, aber ohne Ex-Hannover-Keeper Ron Robert Zieler gegen Paris Saint-Germain. Auch der französische Meister ohne Deutschen im Kasten Kevin Trapp nur auf der Bank. Pesce in Rot von rechts nach links und im Stadion von California mit dem besseren Beginn, weil Daniel Amate hier etwas zu ungestüm zu Werke geht. Definitiv eine strittige Entscheidung. Cavani gegen Kaspar Schmeichel, keine Abwehrchance, 1 zu 0 PSG. Unmittelbar vor der Pause wieder der rote PSG-Zug im Vollgasmodus. Meunier auf Ikone, 2 zu 0 zur Halbzeit. Zweiter Durchgang, weiter nur die Pariser mit dem eingewechselten Nkunku auf Maxwell. Der sieht den eingewechselten Lucas Moura, 3 zu 0 nach 64 Minuten. Einen hatte PSG das Team von Neu-Coach Unai Emery noch zu bieten. Joker Edouard mit dem Schlusspunkt. Kaspar Schmeichel bedient. Der französische schlägt den englischen Meister deutlich mit 4 zu 0. 0 Euro für die Handelskafen in die Schamann-Kap. Checker Schmeichel. Die Schamann-Kapel whipped den genannten Aubleichern. Der französische Kampel-Eklar.